Ja, wir sind in Stirling Castle. Das ist eine Burg, die ist bereits 16 Mal belagert worden, seit heute 17 Mal. Wir haben allerdings die Belagerung nach 20 Minuten abgebrochen, weil sie zu windig war und zweitens war gleich eine gute Zeit und eine schlechte Zeit. Man muss da einfach georientiert werden. Oder? Jaja. Bis. Ja.